Hallo und herzlich willkommen zurück zu BF Gaming Sunday mit einer weiteren Folge der ersten BFL im heutigen Match haben wir den Dark Pharox gegen Tom Borussia, die Unparteiischen sind der Chaos Reaper und natürlich wie immer ich. Und der Tom Borussia wollte noch ein kleines Wort dazu sagen, bevor wir anfangen. Ich weiß nicht, ob man es im Video oder wie man es hört hat, ich bin komplett krank, also ich werde wahrscheinlich nicht so gut spielen, ich nehme freiwillig auf, nicht dass das jetzt irgendwer denkt, aber ja, ich wollte es nur einmal sagen, also wenn ich heute ziemlich schlecht spiele, dann liegt das sicherlich auch ein wenig daran, aber wie gesagt, ich mag es nicht. Also auch ein faires Match. Sprache mit vorgehaltenem Waffe. Genau. Ja, ob, ja, vielleicht kannst du es freiwillig rausschneiden, wenn ich am Ende verloren habe. Was? Nein. Also, Chaos Reaper, du kennst das Spiel doch noch, wir beide waren doch auch auf Kashyyyk, ne? Ja, aber klingelt irgendwas. Mit der Tüte war ich auch auf Kashyyyk, ey, ich hasse seitdem Kashyyyk. Also, Informationen für die Zuschauer spielt... Der... Mann, ich hab's grad nicht im Kopf. Ganz kurz, ich will nicht unterbrechen, pass auf, Dark Pharox, wir schubsen uns nicht runter und gehen grad zusammen in die Höhle, okay? Warst du mit? Das müsst ihr unzäuchten. Das weiß ich nicht. Ja komm, wir schubsen uns jetzt beide nicht runter und gehen grad zusammen in die Höhle. Das wird das jetzt eh. Okay. Warte, lass mich rein, dann. Ja. Also, fair play an beide und weiter geht's. Das hat man auch schon mal anders gesehen, ne? Die hat das nicht so gut geklappt. War auch der Tom beteiligt. Ja, siehste, lag am Chaos, nicht an dir. Habt ihr alle falsch gesehen. Ja. Ja, heute hab ich keinen Bock, da hatte ich... Zumindest, also... ... ... ... ... ... Okay. Ja, egal. GG. GG. Blaster-Duel? Du musst gleich noch. Perfekt. Danke. Und es spielen Chewbacca gegen Alden. Gegen Alden. Wenn er mich jetzt mit seinem scheiß Schlag unterschmeißt, dann brecht dieses Duell ab. Dann weiß ich ja jetzt, was ich zu beachten habe. Von mir aus kannst du auch nur auf den Schlag gehen die ganze Zeit, ob das dann so lohnenswert ist. Spinat bricht Chewbaccas Granate mein Schild ab. Ich bin grad komplett am überlegen. Du Hund. Das ist ein Teppich, bitte. Ich bin hinter den Kisten festgebackt. Battlefront. Ihr. 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 Und dann war's ruhig. Ja. Hahaha. Die. Ich muss mir das überlegen. Hahaha. 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 Tschüss. Werbefreundlichkeit. Hahaha. Hahaha. Ihren Hund. Ich wollte ihr Hunde sagen. Ja, ja. Ihr Hunde. Hahaha. 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 Ja klar, ich stehe in der Höhle, wenn du kommen willst, könnten wir es wieder fair machen. Ups. Hä, was? Wie? Krass. Das war knapp und mutig. Lug mich nicht. Ja. Also 2-1. Ich sollte immer so spielen. Ich nehme nur noch auf, wenn ich, morgen bin ich auch wahrscheinlich auch noch krank, dann nehme ich gegen 4-1-10-D auf, bitte. Danke. Du hast die Mord nicht starten. Ja genau, perfekt, danke. Das ist jubig, dann komm die. Hast du keine Ausdauer mehr, oder? Ja, ich sollte wieder diese schöne ETH, diese Stärke-Dingspunkts machen. Genau. Achso, ja. Yoda. Jesu. Yoda. Hm. Vader gegen Yoda. Es sind ja eigentlich so zwei... Man kann mit Yoda am besten gegen Vader spielen und andersrum auch. Easy Rider hat sie zu einer Party angenommen. Ich dachte, ich hätte wohl wieder nicht. Bei mir schiel die Örschung nur das Frühwarnsystem aus. Piep, piep, piep. Scheiße. Auch wieder nichts mit dem High-Ground. High-Ground-Bubblemate. Äh. Ey, sei mal nicht so ag- So da. Kleiner aggressiver. Oh. Ich hab schon wieder diesen Bug, dass er das irgendwann abbricht, den Würbelgriff. Ey, das nervt ja. Achso. Moin, hallo. Ey, jetzt lädt Easy Rider mich auch ein. Er lädt immer alle ein. Und mich jetzt auch. Drei von der Sanker. Alter. Ja. Zwei, zwei. Volling, äh. Ja? So. Jetzt hab ich ein Problem. Jetzt hab ich ein Problem. Ähm. Ja, doch. Ja, passt. Ähm. Eigentlich sollte er ja sowohl so eins oder eins zusammenzählen können, wenn viele Leute in einer Party sind, die auch in der BFL sind, da könnte es doch in... Ja, also... Könnte man doch ab Saal sehen, dass das so ein, äh, kleines Match ist, oder? Eben, ja. Aber Niklas ist ja Lehrer, ne? Ja. Werden die Zuschauer jetzt überhaupt nicht verstehen, was ich damit meine. Aber Niklas weiß es. Ja. Man stirbt doch endlich. Alles klar, das Spiel beginnt. Ich sag's jetzt egal, wie die Hinrunde und die Rückrunde ausgeht, schon mal echt sehr fair, dass wir das hier in der Höhle machen von Farox, muss ich sagen. Ja. Oh, das ist... Nein. Ah, Anakin ist eklig. Außer... Ah, Anakin ist eklig. Außer... Na also, die erste Halbzeit ging 3 zu 2 aus. Wie es dann weiter geht Das sehen wir dann in der zweiten Hälfte Nach einem kleinen kurzen Cut wieder Ist gleich Wir sehen uns dann jetzt hier in einem kleinen kurzen Cut Wieder im Spiel Farox gegen Tom Und äh Zweite Hälfte steht gerade Ich bedanke mich aus unbekannten Gründen Was gerade im Cut passiert ist doch nochmal bei der Partyeinladung von Easy Rider So Darf wie darf mol Ey Schossen Spiel Beginn Erfahre mal Junge Der halbierte Dein Maul Ach er ist hingeflogen ich hab nicht gesehen wo Nein Beide nicht mehr ganz voll Alter bei mir war ein Böller Oh mein Gott hab ich mich erschrocken Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Ja Habt ihr das gehört? Alter Ich dachte im Hintergrund hat es gehupt Alter Ich dachte die müssen Flaschen Oh mein Gott Stopp Stopp Alter okay kann weitergehen Habt ihr russische Zuschauer Egal Na klar Ich dachte Irgendwie ne Autohupe oder so Na klar Der Bubbles Der ist bestimmt Russe Da geh ich zu 99% drauf Bubbles ist Russe F Junge Alter wir lassen uns auch nichts neues Einfall wir dashen uns immer gegenseitig ne und dann Und dann der Blickkampf. 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 Ich hab kein Dash bereit. Nein, ich wollte dashen. Ich hatte keinen bereit. Ich hätt ihm grad so in den Rücken schlagen müssen. Passiert jetzt noch was oder nicht? Unentschieden. Bleib beim 3-2. Ja. Ja. Äh. Genau, wieder Lichtwerder. Nehm mal den hier. Was? Nehm mal den hier. Wieso soll er denn jetzt einen anderen nehmen? Nehm. Egal. 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 Ja. Damit kannst du dir den Ton vorzeichen. Ja. Außer alle hören dieses... Ah, das hört keiner. Dass ich nicht Luke genommen hab, ey. Luke gegen Vader ist eklig. Da muss man immer erst mal 300 Leben aufholen, ey. Egal. Ja. Ja, das hat ja mal gegen dich Niklas in unserem Dörr. Ich hab dir 300 Schaden gemacht und dann hattest du erst leicht viel Leben wie ich, ne? er hat so ähnlich wie so ganz langsam aufeinander zu gehen ja natürlich macht wird das nicht erbrachte so hat er jetzt nicht getroffen erst mal beleidigen diesmal kam das haar nicht aus deswegen könnte man mir das glauben wenn er jetzt volle leben nein 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 so so krasses enden machst du jetzt hier ist ein bisschen besoffen so eine kleine entspannung wir warten einfach mal bis alles hier so geladen ist ist der sand nicht schön gelb nicht ey nein scheiße zu spät gemacht ich verstehe meine taktik nicht aber es sieht lustig aus ich verstehe meine taktik auch nicht das ist der trick daran das halte ich für ein gerücht ich habe auch keine taktik heute bin ich ganz ehrlich normalerweise immer aber jetzt heute ist das ist das das ist nicht wegschmeißen müssen oder hat er geblügt wenn er gestartet ich habe gerade ich habe gerade auf scoreboard gedrückt ich auch deswegen ich zeichne es gleich einfach mal auf vielleicht es ja hätte jetzt ja sein können dass einer von euch direkt sagt ne er hat gebucht oder so das war so glück das war so glück ihr zwei ich finde auch das war glück ich nehme mir selber äh ja die das selbe mit den zwei heißen schwester ich weiß nicht wen ich nehmen soll ja wir sind zwei frauen sehr spät jetzt sind über dildo und black thunder jawoll ich spiel gegen fasma bitte gegen einen ausfällig glaubt was man darf sind das sollte nicht mehr wenn der Kausch mag nicht wirklich denn sie will die und das krumm krumm noch schon gehört spiel beginnt wie geil hast du ui alles gut weiter nein das ist überhaupt für eine frage oder du hund ab ist ich habe ein ganz großes problem ich habe ein ganz ganz großes problem mit 1 2 3 die mama kommt vorbei wo gucken wir hin eingeladen das musst du dir mal vorstellen wollte dir bescheid sagen oh mein gott ein star wars skin kauf ihn dir und fühle die macht in fortleut mit stift und zettel mit stift und zettel muss ich jetzt realisieren wo sie sind ich habe keinen blauen wo er ist ja da oben irgendwo was ist das für einer ja moment wo hunde oh ne 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 wohin dieswegs nein ich dachte schon der druide macht nichts hier jetzt hat er zweimal hintereinander Glück gehabt Mann oh Gott sei Dank habe ich Glück ansonsten hätte ich verkackt so warte mal jetzt ist egal ne hier jetzt ist egal ne nehm du den jetzt müsste ich wieder alle drei gewinnen für das erste unentschiedene Liga ja jetzt alle drei gewinnen oh warte und das werde ich in meinem heutigen Zustand nicht schaffen wir werden sehen es spielen auf jeden Fall Bosk doch doch nö doch nö da hat der Chaoskeeper seinen Einsatz gesehen gegen Luke ja hat die die Gelegenheit einen sinnvollen Kommentar abzugeben hey wer schießt auf mich der ne 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 schimpelst hat auch immer zusammen dann geht es jetzt eigentlich los gar nicht mehr die Jüngste Ich weiß es nicht. Achso, ich dachte es doch. Der ist auch nicht mein Jüngste. Wo wir dann wieder bei den nicht sinnvollen Kommentaren werden. Ich komm doch nicht, wunder du Hund. Wieso nicht? Ich mag Transoshana nicht so, ich find die sind zu hässlich. Er sagt, es ist eine Herausforderung. Ui. Alter, fahr aus. Hier ist heute auch ein Netzwerk. Ich dance hier grad voll ab mit dem Lug, Alter. Ja, da musstest du mir den Post mal sehen. Alter, ey, Chaos, ich dance doch schon, egal, ab mit dem Lug, ne? Alles schön im viel, viel Takt. Ja, klar. Ich spüre vor allem den Wied so richtig, ne? Ich komm nicht zu dir runter, da sind deine Minen, denkst du, ich bin dumm? Ne, ne, ne. Das ist mein Bäcker, falls das Essen fertig ist. Achso, was isst du so? Was gibst du heute zum Essen? Wookie? Such dir einen anderen Ort. Nein. Okay, von mir aus. Stimmt. Au da. Ja, jetzt muss ich wieder neu berechnen. Ne. Spannendes Spiel. Oh, das hast du ein bisschen zu kurz geworfen, die, das Gift. Jetzt legt er die auch noch da vorne in seine Fallen. Ach, scheiße. Hast du ihn gehört? Der Gestank der Feinheit. Obwohl, nein, du bist ja nur so vorsichtig. Was ist denn, Europa? Natürlich mein ganzes Leben. Ich merke's. Okay. Nö. Ach, was? Wie, wie haben die? Da ist er wieder. Jetzt lösen die anderen Minen noch aus, ne? Ja. Alter, was soll der Scheiß denn? Wir haben doch schon ausgelöst. Er hat neue Fünf gelegt direkt. Hahahaha. Pssst. Muss kein Blame. Pff. Da merkt man schon, wie gut ich heute drauf bin, dass ich nicht mal mehr weiß, dass ich nicht mal mehr da durchblicke. Da legt er einfach fünf neue. Frecher Junge, ey. Seh ich nicht ein. Das darf er nicht. Das ist verboten. Das finde ich einfach nicht gut. Man legt, man wirft Luke nur einmal Minen in die Fresse. Das macht man nicht zweimal. Das finde ich blumenfies. Einmal ist die Grenze. Ich hab gekackt. Ich hab ein Problem. Ja, bleib lieber da stehen und halt still. Ach, du bist so ein nerviger. Ich spiele heute so scheiße, Alter. Wenn ich mit Luke gegen Boss zu verlieren, ist schon ein paar Eindlich. Weglaufen ist ja eine Sache, aber mit Luke vor Boss weglaufen ist nochmal ne. Ich wollte dich noch wegschubsen, Mann. Amen. Jetzt nachdenken. Jetzt nimmt er zu 100% nicht nochmal Boss. Was könnte man jetzt machen? Ist safe ein Lichtschirrteil neben der Wichser. Ja, ich muss jetzt safe stehen und das schnell zu Ende bringen. Das würde auch mein Charakter sagen. Schnell zu Ende bringen. Wennst du Gott. Ist der Imperator oder Boba? Das ist Boba. Viel Spaß. Schnell zu Ende bringen. Och nein. Schnell zu Ende bringen. Ich hab extra, ich hab darauf spekuliert, dass er doch nochmal Boss nimmt. Aber Boba kann ich vielleicht ranziehen. So. Freust du dich auf das heutige Match? Wohan hat's geliehen? Oh, ich muss jetzt auf Risiko gehen. Natürlich treffe ich ihn nicht. Das ist scheiße. Warum hat mein Randzieher denn nicht getroffen, Alter? Nick, rennen. Ich hab jetzt heute nicht die Geduld, die Scheiße runterzuspielen, ey. No! Ach man, warum kann der Wichser sich jetzt da rausretten, ey. Das ist doch scheiße. Ich hab ihn. Okay. Okay. Soll ich großartig sagen. Entweder er pusht jetzt dumm und verreckt oder ich pushe ihn jetzt dumm und verrecke. Ich habe es eben einmal probiert, nochmal werde ich es nicht machen. Das ist doch, denke ich auch ein bisschen verständlich, ne? Hä? Wie? Ey, warum trifft das alles nicht? Egal. Nein. Nein. Dieser T-Jäger wird mich geschätten. Alles gut. Bin echt jetzt schon mit Genickbruch gestorben, aber passt. Ja, ja. Ich geh schon. Kein Druck aufbauen. Ich geh doch schon. Kein Druck aufbauen. Das ist meine Brücke. Guck mal, das ist hier bestverarbeitetes Stahl. Das habe ich mir hier gebaut und du willst es wieder kaputt machen. rein. Diese Decken habe ich da auch gespannt. Die sind toll, ne? Hast du die? Ist ja alles von Anakin Qualitäts gebaut in der Jedi Ausbildung. Ist zwar ein alter Sternzerstörer, aber passt. Ich spiele extra, die damit ein bisschen mehr Spannung ist. Ja, mein Freund? Aber nächste Runde, dann ist Ende. Warte mal, ich habe keine Ausdauer. Chill, 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 chill. Bis kurz. Ja, okay. Ab. Ja, tschüss. Dann weg. Danke. Danke, dass du weggegangen bist. So freiwillig. Finde ich immer sehr, sehr nett. Nein, warum? Ich pushe ihn jetzt nicht, ich bin nicht so dumm. Ich hätte ihn jetzt gerade haben können, ich habe es verkackt. Ist gut. Der Chaos Reaper, der ist schon ganz verstummt. Ne, der Chaos Reaper, äh, guckt sehr interessiert zu. Die einzige Debatte wegen Ikea-Einkäufen. Was soll denn gekauft werden? Ja, den Durchblick habe ich mittlerweile verloren. Weil ich, äh, wollte nichts. Und ich bin halt der Profi, der aufbauen muss. Schatz, ich fahr mal zu Ikea. Warum denn? Ich will was kaufen. Wir brauchen aber nichts. Egal. So ähnlich war es. Am Ende kommt sie mit einem dieser tollen Ikea-Hotdogs nach Hause. Nein, die bringt sie mir nicht mit, weil sie nicht weiß, wie sie sie transportieren soll. Das habe ich schon gefragt. Jetzt mal ohne Spaß auf Frage an die Zuschauer. Egal was bei Ikea, jeder liebt diese scheiß Ikea-Hotdogs, oder? Ja, das willst du auch mit Köttbullar, ne? Ja, aber trotzdem, man könnte sich auch irgendeine Pizza bestellen. Nein, jeder will, wenn man bei Ikea war, dann möchte man auch diese scheiß Ikea-Hotdogs essen. Das ist ja wohl das Mindeste, nachdem du da minimum zweimal durchgelaufen bist. Einmal musst du ja die Pizza gucken. Ja. Und das zweite Mal musst du dir den Scheiß zusammensuchen. Ne, ne, ne. Das dritte Mal laufst du durch, weil du irgendeinen Scheiß vergessen hast und der immer durch den ganzen Laden laufen musst. Ich tue immer so, als ob ich das gar nicht mitgekriegt habe, dass sie was vergessen hat. Sonst fällt mir natürlich immer erst im Auto ein. Wobei man natürlich das Risiko eingeht, dass sie irgendwann mal sagt, Nö, dann fahren wir nochmal zurück. Können natürlich auch passieren. Ist bis jetzt Gott sei Dank nicht passiert und ich hoffe, oder ich werde auch sagen, oder beziehungsweise ich muss irgendwie diese Folge aus dem Verlauf unseres Mac löschen, wenn sie dann mal angeguckt wurde. Hab mir schon gedacht. Jetzt hast du den Plan ja auf einer offiziellen Website verraten. Das war dein Fehler. Ja. Deine Freundin, hab ich gesagt, guckt sich ja auch wahrscheinlich immer sehr interessiert, die BFL, ne? Oh ja. Ja, ja, selbstverständlich. Die hat sehr viel Verständnis dafür. Schatz, machst du da einfach mit? Ja. 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 Geh, was machst du heute? Ich zocke. Okay, das war ich zu Ikea. Ja. Ich will den Heiko und ich habe keine guten Erfahrungen mit Lo... Och du Wichser, ich will dir jetzt nicht den Heiko unter oben. Ich habe unter deinen Rock geguckt, oder was das ist. Grobe, aber gut. Wow. Für alle, die es noch nicht wussten, dieses ist auch ein kleiner Pervers-Link. Och komm, nur so da... Es ist grad so witzig, nur dass das Duell nicht vorbei ist. Bitte. Ich habe extra Bords und Dings gespielt, damit es eine Weile dauert. Das Nö, Nö, Nö. Niklas, weißt du, an wem mich das gerade erinnert hat? Nö. An hier, weil wir früher sehr oft gespielt haben. Nö, 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 Mann. Und von wem kommt das, Niklas? Du weißt es, ne? Nö. Weißt du, der benutzt übrigens immer noch Netflix bei mir. Ich bin zu voll das Passwort zu ändern, da muss man sich gleich mit allen Geräten ein- bzw. ausloggen. Warum konntest du mich immer treffen und ich dich nicht? Egal. Keine Ahnung. Hat Spaß gemacht, hat mich ein bisschen abgelenkt. Okay. Ja, na klar. Sehr, sehr fehl das Duell. Ja, wollte ich gerade sagen. Zum Beispiel mit dem Chaos hat man das nicht hinbekommen. Nee, ne? Okay, also... Mit Dark Farox ging das. Ich wollte es gerade sagen, du hast mir, glaube ich, mehr als einmal angeboten, damit ich da vor meiner Bambushütte springen kann und ich habe noch versucht, dich zu ziehen. Wie dem auch sein, das Spiel endet mit 6 zu 2. In dem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Haut da rein und tschau, Leute. Tschau. Tschüss. Oliver, die macht mit euch sein. Hoi. Hoi. Hoi.